eine uralte müsste halt einfach das ist auch krass ach so und damit natürlich so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ist der erste erste um 20 uhr und wir machen unsere abglühende gleich um 9 alter naja und wir fangen an mit einer müsste aus 2019 oder so so aber gar nicht weiß man gar nicht nur so dolle aber zum ende hin wollte ganz schön alter ein auslaufartikel das ist schon eine rarität leute die gibt es gar nicht mehr glaube ich wusste blume steht schon jahre bei mir rum vielleicht schon seit 2018 oder so so lange schon mal gespannt jetzt sind hier die lunde super schön eine crackerpalm haben wir jetzt gold crackerpalm übrigens das ist natürlich auch wieder was anderes die ist der hammer jetzt hier die firefly von veco aus dem liedl was war das ist der hammer hammer zerleger so meine lieben freunde jetzt gibt es von dies war vier mal die rolle hat er kann es aussprechen decket 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 viermal Richtig, richtig geil! Hammer! Jetzt gibt es mal eine Salute-Aktion hier. Richtig fette Salute-Aktion machen wir jetzt. Dann die Dummbum und zweimal die Red Thunder von Argento. Das wird sportlich. Ja, let's go! Na, die Uzi hat sich ganz deutlich gezeigt. Ja, die hat sich wirklich abgesetzt. Dreimal? The Outlaw? Ja. Let's go! Ah! Oh Gott! sehr romantisch schöner klassiker ja ihr seht leute zweimal der new beastmaster so das ist es die dämonie von agento leute harensalut zerleger aha cool Das war's.